In diesem Video, Leute, möchte ich ein Thema aufgreifen, was sehr, sehr heikel besprochen wurde die letzten Monaten und auch nicht an mir vorbeigegangen ist, wo ich mich auch dazu geäußert habe, erst in den Kommentaren und jetzt eben noch in Form eines Videos. Ich habe ja eigentlich vor einem halben Jahr gesagt, dass ich keine Videos mehr machen werde zu irgendwelchen YouTube-Thematiken, weil ich einfach nicht finde, dass es mir zusteht, darüber zu urteilen, wie andere Menschen ihr Leben leben oder was andere Menschen auf YouTube fabrizieren und trotzdem fühle ich mich mittlerweile kompetent genug, um wertungsfrei eine Thematik anzugehen und meine Eindrücke und meine Meinung wiedergeben zu können, die hoffentlich vielleicht sogar der einen oder anderen betroffenen Person helfen können. Also für alle, die gerade rüberschwappen, beziehungsweise die mich nicht kennen, keine Sorge, ihr dürft gerne ein Dislike dalassen, braucht ihr aber nicht, denn ich bin kein Monte Gegner oder Monte Hater oder ich finde ihn auch gar nicht scheiße, sondern im Gegenteil, ich finde Monte eigentlich einen ganz coolen Typen, nur habe ich ein einziges Problem mit ihm und das ist seine Kurzsichtigkeit, wenn es ums Thema Moral und Ethik geht. Aber darauf will ich in diesem Video noch ein bisschen eingehen, ich weiß noch nicht, wie ich es cutten werde. Auf jeden Fall, Achtung, dieses Video ist keine Kampfansage an Montana Black oder was auch immer, sondern einfach nur meine Einschätzung zu dieser ganzen Geschichte. Ein kleiner Realtalk eben, denn der gute Monte macht ja auch gerne mal Realtalks zu anderen Leuten. Was ich bei der woher interessant fand, kleiner Side-Fact, ist, dass sich die ganzen Zuschauer von Monte immer aufregen, warum machst du Reaction zu Monte, Monte macht sein Ding und jetzt woher Casino, jetzt machen alle überhin Videos, weil alle lutschen wollen und so. Also, was ich allerdings absolut nicht verstehen kann, denn Montana Black lädt ja eigentlich auf seinem YouTube-Kanal nur Realtalk über andere YouTuber hoch und das zieht ihr euch ja auch rein. Und niemand sagt zu Monte, dass Monte sich an anderen hochlutschen würde, so. Also, um da was vorwegzunehmen, was vermutlich eh schon in den Kommentaren stehen wird, sobald wir ein paar Monte-Fans mit null IQ hier haben werden. Ganz wichtig, nicht alle Monte-Fans haben null IQ, sondern auch unter Montes-Fans gibt es solche Leute oder wird es solche Leute geben, genau wie in meiner Community, genau wie in jedem anderen seiner Community. Und deswegen wird dieses Video auch ein paar Dislikes bekommen, obwohl es komplett wertungsfrei und neutral ist, aber halt einfach versucht, objektiv die Sachlage darzustellen. So, was habe ich denn jetzt mit Monte genau zu tun? Ich habe mir Montes Video angesehen, Statement zum Thema Casino, wo er ja über die Geschichte redet, was, ähm, wie er das Ganze sieht, ne. Ob er da einen Fehler gemacht hat oder nicht oder was auch immer, als er ja angeklagt wurde, ähm, zumindest, äh, YouTube-Sites, äh, oder zumindest Community-Sites für seine, äh, Promotion zum Thema Casino. So, und da hatte ich ein paar Probleme mit seinem Statement, denn ich fand es schade, dass Monte, der ja sonst eigentlich ein relativ einsichtiger Typ ist, dort überhaupt keine Einsicht gezeigt hat oder zumindest sehr, sehr wenig. Er hat, äh, versucht, das Ganze auf den deutschen Staat zu schieben und bla, 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 hat mit Halbwissen um sich geworfen und, ähm, wollte einfach nicht einsehen, dass er halt Fehler gemacht hat. Und er hat zum Beispiel auch nicht gecheckt, warum jetzt alle ein Problem mit ihm hätten. Ähm, Monte, ich habe kein Problem mit dir. Ich, äh, finde dich super sympathisch und ich gönne dir. Und das auf deinen, küsse ich dir auf deinen Nüßchen, Digga. Äh, Inschallah. Äh, ich gönne dir jeden Subscriber, den du auf Twitch hast. Ich gönne dir den Erfolg, ich gönne dir alles. Ich finde, du bist ein sehr authentischer und cooler Typ. Du lutschst nicht, ähm, ne, aber du, 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 du bist halt in gewissen Sachen einfach ein bisschen kurzsichtig. Und was ich schade finde, ist, dass er eben auch sagt, ja, jetzt kommen alle, machen ein Video über mich und so. Monte, wenn niemand ein Problem mit dir hat, dann macht keiner ein Video über dich. Wenn man ein Problem mit dir hat, dann macht man ein Video zu der Thematik. Genauso wie du Videos über andere Leute machst, ne, wenn du ein Problem damit hast. Aber selbst wenn du Scheiße baust und niemand was dazu sagst, dann hat das einfach damit zu tun, dass die Toleranz eben noch nicht erreicht ist. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist eben noch nicht in diesem Fass drin. Ähm, und das, das mit dem Thema Casino war für viele eben ein Anlass, ähm, mal etwas gegen dich auszusprechen. Beziehungsweise nicht gegen dich, sondern gegen deine Tat. Denn nun genau das, um das geht's in diesem Video. Ich bin nicht gegen dich, ich bin gegen das, was du getan hast. Ähm, und ich, und ich find's schade, dass du in einigen Sachen so kurzsichtig bist. Und darauf, äh, werde ich auch noch in diesem aktuellen Video, was ich heute gefunden habe und was mich veranlasst hat, dieses Video hier zu machen, ähm, darauf werde ich noch eingehen. Denn da, in diesem Video sagst du vieles über Bibi, was andere Leute über dich sagen würden. Okay, aber dazu kommen wir gleich. Was hab ich jetzt damit zu tun? In diesem Video hat er gesagt, ähm, jo, ich bespreche das jetzt mal, hier und so ist meine Meinung. Ihr dürft mir gerne, auch wenn ihr YouTuber seid oder was auch immer, dürft ihr mir gerne, ähm, eine Antwort dazu geben, in die Kommentare schreiben oder was auch immer. Und das hab ich gemacht. Ich hab das ernst genommen, nicht, äh, um zu pullen. Ne, auch hier haben wir so, da ist eine sehr, sehr große Diskussion unter meinem Kommentar entstanden. Oh, du willst doch nur lutschen und so. Leute, ich will nicht lutschen. Wenn ich unter einem Monte-Video ihn kritisiere, dann will ich alles andere als lutschen. Weil, Leute, ich bin seit acht Jahren auf YouTube mir bewusst, dass ich nicht, ähm, unbedingt auf positive Leute treffen werde, mir gegenüber. Ne, also das, das Video gucken Monte-Fans. Okay, und wenn ich da mit Kritik an Monte komme, dann definitiv nicht, um seine Community zu klauen oder bei ihm hochzulutschen, sondern einfach, weil ich, äh, diesen, diesen Aufruf ernst nahm und wirklich ihm mal ein bisschen ins Gewissen reden wollte. Nicht, weil ich mich irgendwie besser darstellen wollte, sondern einfach, um ihm vielleicht die ein oder andere Ansichtweise, äh, mitgeben wollte. Denn ich mag ihn grundsätzlich und ich finde es schade, dass er diese Weitsicht scheinbar nicht hat. Okay, auf jeden Fall ist da eine riesen Diskussion entstanden, ist aber im Endeffekt auch egal, denn es geht um meinen Kommentar. Ich habe mir die Zeit genommen, so einen Kommentar zu schreiben, wo ich versucht habe, wirklich, äh, rational und, und ordentlich, äh, meine Meinung wiederzugeben. Und das ist quasi mein Investment in diese ganze Geschichte, ne, ich habe, äh, Monte quasi gesagt, ähm, das ist halt, dass er halt Fehler gemacht hat, äh, objektiv gesehen und jetzt halt einfach, dass ich schade finde, dass er nicht dafür gerade stehen kann, okay. Aber das, darauf will ich eigentlich gar nicht mehr rumreiten, ne, dieses Thema Casino haben wir abgeschlossen. Dass es definitiv nicht illegal oder cool war oder was auch immer, ist klar. Monte sieht das leider immer noch anders. Monte sieht, äh, das so, dass, ähm, Kinder nicht bei ihm im Stream sein durften, weil er die gekennzeichnet hat und, äh, die Verantwortung bei den Eltern liegt, diese Kinder, äh, ne, den Konsum zu beobachten, wo ich ihm teils zustimme, ne, aber eben nur teils. Und dass alle über 18 eben selbst verantwortlich sind und dass er nichts damit zu tun hat. Ähm, meiner Meinung nach, ähm, Monte, ich weiß nicht, wie alt du bist, 7, 28, sowas, du bist 90er, 91er Jahrgang, irgendwie sowas, ne. Wir sind ungefähr im selben Alter. Ich glaube, wir können beide, ähm, der Aussage zustimmen, dass man mit 18 oder vielleicht sogar mit 20 immer noch ein Kind ist. Denn du bist mittlerweile, du gehst mittlerweile gegen die 30 zu und hast es scheinbar immer noch nicht verstanden, wie das mit den Steuern funktioniert, ne, ob man jetzt Donations auf Twitch versteuern muss oder ob man, ähm, Online-Casinos in anderen Ländern bewerben darf und so. Weißt du halt alles noch nicht, ne, und das zeigt halt, dass auch wir noch jung sind und wir sind 25 drüber. Okay, wir gehen teilweise schon gegen die 30 zu, die Haare fallen aus, die Sicht wird schlecht, was auch immer, okay. Und trotzdem sind wir noch sehr jung und wissen nicht alles. Wir sind definitiv in gewissen, ähm, Sachen noch jung. Und deswegen würde ich behaupten, dass mit 18 oder mit 20, ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Monte, ich zumindest war mit 18 noch gefühlt ein Kind. Natürlich war ich in gewissen Dingen schon da sehr reif, in gewissen anderen Dingen halt einfach nur ein fucking Kind. Deswegen, ähm, das mit dieser, ja, 18 interessiert mich nicht mehr. Ja, alles schön und gut. Rechtlich hast du dich, was das anbelangt, nicht strafbar gemacht oder so, aber moralisch gesehen ist es halt trotzdem ein Bitch-Move, wie ich auch in diesem Kommentar geschrieben habe. Könnt ihr ja selbst lesen, ne, unter dem Video will ich jetzt gar nicht länger drauf eingehen. Moralisch ist es halt trotzdem ein Bitch-Move, ähm, auch wenn Zuschauer 18 oder 20 sind oder 25 oder 30, ähm, mit Casino zu werben. Denn du selbst sagst ja in deinem Video, dass du jahrelang, ähm, Casino-süchtig, ne, dass du eine Sucht hattest und ein Problem mit Gambeln. Das heißt, du selbst müsstest eigentlich am besten wissen, ne, auch nach 18, dass das Ding noch süchtig machen kann. Und moralisch gesehen verleitest du natürlich andere Leute dazu, ähm, an Casino-Spielen teilzunehmen. Es gab sogar Leute, die in die Kommentare geschrieben haben, dass sie wegen Monte bei solchen Sachen teilgenommen haben und massiv Geld verloren haben. Ob das stimmt oder nicht, alles schön und gut, ne, sei mal dahingestellt, das sind Behauptungen. Vielleicht stimmen sie, vielleicht aber auch nicht, aber es sind zumindest Hinweise darauf, was du mit deinen Videos, ähm, anrichten kannst. Und das eben nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Und klar, für die bist du nicht verantwortlich, die sind mündig, ne, aber das warst du auch, als du Drogen genommen hast. Oder als du Casino-Sucht gespielt hast. Und du wärst auch happy gewesen, ähm, hättest du da vielleicht ein bisschen einfacher gehabt, okay? Also einfach so viel zu dem Thema. Monte macht sich da ein bisschen zu einfach, aber auf den Rest komme ich gleich noch zu sprechen. Ich will ja erstmal einfach, äh, auf dieses Video eigentlich reagieren. Das war jetzt eigentlich nur das Intro, ähm, denn in diesem Video sagt Monte Sachen, die ich einfach nur, wo ich einfach nur in den Spiegel hochhalten kann. Und versuchen kann, es auf Montes Art und Weise zurückzugeben. Vielleicht, wer weiß, vielleicht guckt Monte ja das Video. Äh, wir haben auch schon andere Kanäle erreicht auf diesem Kanal, ne. Ähm, aber, ähm, ja, vielleicht guckt er es sich an und vielleicht, vielleicht versteht er eine andere Perspektive. Und nochmal, ich kann es nur nochmal sagen, auch wenn man es mir vielleicht nicht glaubt, dann ist es aber das eigene Problem. Ich habe nichts gegen Monte, wirklich nichts. Ich, ähm, finde ihn einen sehr sympathischen Typen und ich gönne ihm, ich gönne ihm alles, was er hat, alles, was er aufgebaut hat. Und, ähm, ne, als YouTube-Kollege, ähm, auch wenn wir da von anderen Dimensionen reden, ich mach trotzdem, ich bin trotzdem selbstständig mit YouTube und ich mach genau dasselbe wie Monte, nur eben ein bisschen anders, äh, kann ich den Hustle nur verstehen und depreciaten. Okay, also wertschätzen, was er macht für die Community und wie, wie er da reinhustelt und so. Ich verstehe das. Ne, wir sind, was das anbelangt, auf derselben Seite. Und trotzdem gibt es ein paar Sachen, die ich halt, naja, einfach gerne kritisieren würde und vielleicht öffnet das dem einen oder anderen die Augen. Vielleicht sogar Monte selbst. Denkst du für die, nenn ja, Ninia ist Millionär, mehrfacher Millionär schon. Sei ihm gegönnt, Digga. Auch Bibis Beauty. Wir sehen auch schon, ne, es ist eine ähnliche Rhetorik. Monte hat schon mehrere Hunderttausende auf dem Konto. Sei ihm gegönnt, ich gönne ihm alles, ne, es ist, äh, es ist genau dasselbe. Die Palace denken, fragen auch immer oder denken sich, ich habe letztens irgendwo, einen Kommentar gelesen, Digga, schreibt einer, was verdient dann Bibis Beauty Palace, äh, allein mit Bilou, bestimmt 30.000 im Monat. Digga, Bibis Beauty Palace verdient mit Bilou eher 30.000 alle zwei Tage. Aber sei ihm gegönnt, Digga, das Produkt läuft, Baba, und gut ist. So, also, Bibi, Digga, er hat mehrfache Millionen auf dem Konto. Und die könnte Bilou beispielsweise für, oh, Digga, wenn ich jetzt überlege, wenn sie Bilou verkaufen würde, die könnte das locker für 10, äh, das ist jetzt nur so aus dem Bauch, ob es stimmt oder nicht, weiß nicht, aber die könnte bestimmt 10, 20 Millionen dafür bekommen, Digga. Ja, ob jetzt diese Firmenbewertung legit ist oder nicht, das ist ja eigentlich nicht das Thema. Aber ich denke auch, dass er da, ich denke, ja, ja, doch. Bilou ist schon mittlerweile eine Stange wert, vor allem, weil die Firma ja auch schon seit ein paar Jahren existiert und auch schon ein bisschen was abgeworfen hat, ähm, ja, würde ich ihm so zusprechen. Aber das hat ja in dem Sinne nichts mit dem Video zu tun, aber trotzdem Side-Fact mal an der Stelle. Mindestens. Man sagt ja immer, das, was das Unternehmen pro Jahr umsetzt, mal 10. Und ich würde sagen, dass Bibi mindestens auch eine Million im Jahr macht damit, Digga. So eine Flasche. Äh, ich überspringe die Sache mal, aber ich will noch ganz kurz etwas anmerken. Monte hat vor ein paar Tagen oder so, ähm, was war das, bei die Gang oder die Crew, Alter, ich komm, ich checke überhaupt nicht, wie viele Kanäle Monte überhaupt hat. Bei ihm scheint ja auch massiv zu laufen, Alter, also so viele Videos, wie der rausballert. Genau, hier hat er, ähm, Statement zu Kellys Statement, auf Kellys Statement reagiert. Kelly hat ja so ein Video hochgeladen, wo sie irgendwie rumgeflampt hat und so, oh, wie scheiße, ihre Karte und so. Und dann hat sie ein Video hochgeladen, ein kleines Statement, wo sie gesagt hat, ähm, diese ganze Geschichte war einfach nur mal, um zu zeigen, dass auch YouTuber ganz normale Menschen sind, schlechte Tage haben können und dass man sich eben, ähm, nicht ständig mit anderen vergleichen soll, weil man dann halt einfach unglücklich werden will. Äh, werden wird oder wird. Monte hat da komplett, ähm, ist da komplett nicht drauf angesprungen, hat scheinbar überhaupt nicht verstanden, was sie aussagen will oder zumindest so getan, als wüsste er es nicht. Er hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen dumm gestellt. Ähm, er hat halt da gefragt, hä, wo ist das Problem? Ja, dann vergleich dich doch nicht mit anderen. Aber das ist halt genau das, was man macht, ne? Bibi kann Bilou für so und so viele Millionen verkaufen. Und das passiert halt in diesem Kosmos, ähm, ist mir einfach aufgefallen. Ist überhaupt nicht relevant für das Video, aber ist mir einfach aufgefallen, ähm, das, was er, ne, das, was Kelly ansprechen will, guckt er sich an und checkt's überhaupt nicht oder scheint's überhaupt nicht zu kapieren. Ich mein, guckt euch mal sein Gesichtsausdruck an, sehr funny an der Stelle. Ähm, aber er kennt's ja selbst, weil er vergleicht sich ja selbst mit Bibi, ne? Äh, ich vergleich mich selbst mit ihm, weil ich weiß, yo, Digga, der Junge hat, ich weiß gar nicht, wie viele fucking Subscriber hat der auf Twitch? Wahrscheinlich zehnmal so viele wie ich oder hundertmal so viele wie ich. Ich hab keine Ahnung. Äh, verdient also eine Stange Geld und genau so vergleicht er sich wiederum mit Bibi. Ja, Bibi, Bilou haben einige Millionen im Jahr und bla bla bla. Ne, es ist, es ist genau dasselbe. Einfach, dass es so ein bisschen treppchenweise funktioniert, äh, weil natürlich die Summen und die, oder, oder das Geld immer mehr wird, so in dem Sinne. Aber, äh, ja, Fun Fact, das war genau das, was, ähm, Kelly da, glaub ich, ansprechen wollte. Zumindest meiner, äh, Interpretation nach. So, ich spule einfach mal ein bisschen nach vorne. Wenn der Drogerie ihr, ähm, Duschschaum steht, sei ihnen gönnt, ich freu mich für sie, wirklich. Ich find das geil, Digga. Und, äh, Digga, die wird, äh, äh, Millionen damit schon gemacht haben. Äh, einfach so nebenbei mal. Ist interessant, das mal zu beobachten. Für ein Bilou-Video, was... Oh, by the way, ich bin der Kältin, ne, also macht, äh, äh, sorry dafür. Ich mach aber irgendwas mit Bilou, ich weiß nicht mehr. Das war Schoko-Bilou. Und da haben, Digga, äh, hab ich ja auch, äh, Bilou von Bibi, äh, oder Bibi ein bisschen verurteilt. Weil, Digga, ich verstehe, wenn man, wenn man so gefühlt das maximale Geld rausholen möchte. Das verstehe ich schon. Aber bei Bibi läuft... So, und jetzt, jetzt wird's ganz interessant. Und genau auf diesen Teil des Videos wollte ich auch abzielen. Denn jetzt sagt Monte Sachen, die man genauso gut über ihn sagen könnte als Außenstehender. Es kommt nur drauf an, von welchem Blickwinkel und mit welchem moralischen Zeigefinger man das Ganze betrachtet. Das ist einfach so sagen, dass, äh, das Produkt Bilou von, von, von Bibi ist ein cooles Produkt, Digga. Die Dinger riechen geil und darum geht's doch. Und deswegen im Umkehrschluss, Digga, äh, hab ich ja auch, äh, Bilou von Bibi, äh, oder Bibi ein bisschen verurteilt. Weil, Digga, ich verstehe, wenn man, wenn man so gefühlt das maximale Geld rausholen möchte. Das verstehe ich schon. Aber bei Bibi läuft's so gut, Digga. Ehrlich jetzt. Bibi, bei Bibi läuft's richtig gut. Und ich kann auch verstehen, dass sie sagt, ey, ich weiß nicht, wie lange das Ganze hier geht. Und ich versuch, ohne, also so würde ich das dann sagen, ich versuch, ohne die Leute abzufacken oder auszunehmen, das meiste Geld zu machen. Das verstehe ich. Was ich halt... Okay. Switchen wir mal Perspektive. Ich bin Sefiron auf YouTube. Ich hab 60, 70.000 Abonnenten. Äh, verdiene mittlerweile hauptberuflich mein Geld durch Twitch und YouTube. Mach also genau dasselbe wie Monte. Ne, genau dasselbe. Wir sind uns sogar noch näher als Bibi und Monte. Nur, dass die Zahlen natürlich ein bisschen anders sind. Monte hat gerade den übelsten Fortnite gehabt, jetzt seit einem halben Jahr oder so oder schon länger. Ich weiß gar nicht, wie lange das Game schon wieder auf dem Markt ist, beziehungsweise den Hype hat. Aber, ne, sind wir uns einfach mal bewusst, so weit sind wir gar nicht voneinander entfernt. Auch wenn die Zahlen natürlich ein bisschen was anderes sagen. Er sagt folgendes. Er sagt, ey, ich weiß nicht, wie lange das Ganze hier geht. Und ich versuche ohne, also so würde ich das dann sagen, ich versuche ohne die Leute abzufacken oder auszunehmen, das meiste Geld zu machen. Er scheint das komplett zu verstehen, was ich ebenfalls verstehe. Yo, ähm, du hast ein Produkt oder du hast die Möglichkeit viel Kohle zu machen, äh, als YouTuber. Und Gönnung, ne, solange du dich gewissen Sachen, ähm, einer gewissen moralischen Richtlinie unter, unter, unter jochst, sag ich jetzt mal, ne. Solange du doch irgendwie Moral und Anstand an den Tag legst, so. Ähm, und das ist quasi seine Aussage. Er kann verstehen, wenn man so viel Geld scheffeln will, wie geht. Denn vielleicht will man ja was für später haben. Das versteht er alles cool, ne. Nur, und das ist genau der Punkt, dass man das eben, äh, dass man da nicht Leute abziehen oder abfacken soll. Oder was auch immer. Das verstehe ich. Was ich halt nicht verstehe, und das ist auch das Einzige, wofür ich Bibi bis jetzt in der Vergangenheit kritisiert habe, dass sie bei einem 10-Minuten-Video 5x, 6x Werbung schaltet. Das hat sie gar nicht nötig, Digga. Hab keine Ahnung. Und genau das ist mein Punkt, Monte. Du verdienst sehr gut mit Twitch. Du verdienst sehr gut mit YouTube. Ähm, hier sind die Social Blade Statistics von einem deiner drei Kanäle oder so. Äh, du machst 7,5 Millionen Views im Monat. Eine Viertelmillion am Tag. Äh, das ist stabil, Bruder. Gerade ist Dezember, verdienen wir alle ca. das Vierfache. Äh, das ist stabil. Ne, du verdienst gut Geld. Und, äh, das ist nur dein YouTube-Account. Dann hast du scheinbar noch zwei andere. Äh, korrigiert mich bitte, falls ich da falsch liege. Dann hast du noch, äh, ein, den bestlaufenden Twitch-Kanal, äh, auf YouTube-Deutsch, äh, Twitch-Deutschland. Ne? Ähm, verdienst da nochmal massiv Asche. Hast dann noch, äh, Kleider, die du verkaufst. Damit machst du nochmal, ne, das läuft ganz gut scheinbar. Das hat sie gar nicht nötig, Digga. Hab keine Ahnung, was Gronk verdient oder... Ja, ähm, hast du nicht nötig, Montel. Hast du halt nicht nötig, ähm, ein Placement mit Casinos zu machen. Ne? Und du wirfst Bibi vor, oder hast Bibi vorgeworfen in Vergangenheit. Sie würde sechsmal Video, äh, sechsmal Werbung in einem Zehn-Minuten-Video machen. Okay, alles schön und gut, Digga. Aber, ey, jetzt mal ganz, ganz, ganz ehrlich. Ganz, ganz fucking ehrlich. Was ist schlimmer? In einem YouTube-Video sechsmal Werbung zu schalten, okay, was abfacken kann, ne, wenn man keinen Ad-Blocker benutzt, ähm, oder aktiv für Casinos Werbung zu machen, obwohl man ganz genau selbst weiß, aufgrund seiner eigenen Abhängigkeit, was für Folgen Spielsucht haben kann. Mein lieber Montel, was in deinen Augen ist schlimmer? Und bitte sag nicht die sechsmal Werbung in zehn Minuten, weil auf die scheißen wir alle. Klar, es ist greedy, wenn du zehn Minuten Werbung machst, dann sechsmal Werbung reinzuballern. Es ist fucking greedy, okay. Ja, klar, das ist mehr als im Fernsehen Werbung läuft. Das ist viel zu viel. Aber das ist nicht verwerflich. Du kannst entweder einen Ad-Blocker installieren oder einfach die Werbung wegklicken oder einfach warten, bis die da ist. Du kriegst gratis Videos auf YouTube. Alles, was du dafür bezahlst, ist Zeit, die du halt die Werbung anguckst. Du hast keinen Schaden dadurch. Es ist nervig. Und es ist greedy. Ja, es ist geizig. Oder nicht geizig, sondern, ähm, wie heißt Greedy auf Deutsch? Keine Ahnung. Du verstehst, was ich meine, hoffentlich. Aber es schadet niemandem, okay, Werbung für Casinos zu machen, ob du jetzt rechtlich gesehen dazu, ne, belangbar bist, ob jetzt ein 18-Jähriger spielsüchtig wird und abstürzt oder nicht, das ist ja gar nicht die Frage, sondern, ob du das moralisch mit dir klar kriegst. Digga, ich bin Hassan oder ich bin Nico oder ich bin Joachim. 19 Jahre. Ich bin Montana-Fan. Ich hab das Casino, diese Streams gesehen und hatte auch Bock, ein bisschen zu gambeln. Jo, und nach zwei, drei Wochen bin ich so richtig in dieses Game reingerutscht, dass ich auch Kreditkarte überzogen hab oder was auch immer, ne, äh, hier. Ähm, Commander Krieger hat ein Video dazu gemacht, wie Spielsucht funktioniert, ne, obwohl er da Montana in Schutz genommen hat, was ich nicht verstehe, weil genau Commander müsste eigentlich wissen, wie das ist, auch. Ähm, teilweise zumindest nur. Ähm, das funktioniert so, du gehst da hin und sagst, yo, fuck, ich hab jetzt verloren, aber beim nächsten Mal muss ich gewinnen, weil die Chance, es ist ja ein Glücksspiel, ne, einmal verliert man, einmal gewinnt man. Okay, ich hol nochmal. Und wenn ich das Doppelte da rein investiert, dann bin ich wieder im Plus. Dann verliert man nochmal und dann macht man das nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann hat man seine komplette Kohle weg. Okay, das passiert. Und das passiert nicht nur unter 18, lieber Monte, denn Casinos sind unter 18 nicht erlaubt. Sondern das passiert größtenteils den Erwachsenen, die Geld besitzen und die, ähm, mit ihrer ID in die Casinos kommen, in die Spielhallen kommen oder eben online sich anmelden können. Und auch wenn du rechtlich gesehen nicht belangbar bist dafür, dass ein 18-Jähriger oder was auch immer jetzt Schulden macht. Wenn er es aufgrund von dir gemacht hat, weil du sein Vorbild bist, ja, dann ist er vielleicht selbst schuld und er ist in dem Moment dumm gewesen. Aber du warst in diesem Moment der Auslöser dafür. Okay, und du hast damit richtig Schaden verursacht. Du hast profitiert. Du kriegst die Gage oder was auch immer von den Casinos. Du kriegst die Klicks auf deine Videos. Du kriegst die Cloud, weil, äh, oh, Montana hat 30.000 gewonnen in dem Stream. Aber diese eine Person, die vermutlich ein paar mehrere sein wird bei deiner Zuschauerzahl, die hat gerade einen massiven Fehler in seinem Leben begangen, den er vielleicht nicht begangen hätte, wenn er nicht ein Zuschauer wäre. Sprich, wenn du nicht ihm dieses Vorbild gelebt hättest. Weil an der Stelle predigst du Wasser, aber trinkst Wein. Nein, denn es interessiert niemanden, was du sagst, sondern alle interessiert nur, was du tust. Wenn du in deinem Stream eine Zigarette im Mund hast und sagst, Kinder, rauchen ist scheiße, fang nicht an zu rauchen, dann funktioniert das gezwungenermaßen psychologisch schon alleine mal nicht. Denn die Leute interessiert nicht, was du predigst, vor allem wenn du selbst nicht hältst, im selben Atemzug, wortwörtlich. Sondern die Leute interessiert, wie du bist, denn sie finden ja Gefallen an deiner Person, wie du bist, wie du dich ausdrückst, was du machst und so weiter. Nicht, was du erzählst, die Leute interessiert nicht, was du, öh, raucht nicht. Weil raucht nicht, hat ihnen der Papa schon gesagt oder die Großmutter und so. Das sind Statements, die sind komplett egal. Du bist ihr Held, weil du Monte bist und nicht ihre Oma oder ihr Opa oder was auch immer. Du bist ihr Vorbild, weil du Monte bist. Ob das jetzt ein Minderjähriger ist oder ob das jetzt ein erwachsener Mensch ist. Und ich glaube nicht, dass du moralisch gesehen das okay findest, wenn du Schuld bist, in Anführungs- und Schlusszeichen. Nicht Schuld, aber Mitschuld oder Auslöser einer solchen Misere. Weil dafür halte ich dich für einen zu guten Menschen. Du scheinst ja Moralvorstellungen zu haben. Denn du kritisierst ja Bibi dafür, dass sie geizig oder geiert mit ihrer Werbung. Aber du schaffst es nicht, das auf dich zu übertragen. Und genau das ist mein Problem mit dir. Nicht du bist das Problem, sondern etwas, was du getan hast, was du in Zukunft vielleicht besser machen kannst. Okay, und das ist meine Message an der ganzen Geschichte. Okay, Schluss, Digga. Habe ich ja auch Bilou von Bibi oder Bibi ein bisschen verurteilt. Weil, Digga, ich verstehe, wenn man so gefühlt das maximale Geld rausholen möchte. Das verstehe ich schon. Aber bei Bibi läuft es so gut, Digga. Ehrlich jetzt. Bei Bibi läuft es richtig gut. Und ich kann auch verstehen, dass sie sagt, ey, ich weiß nicht, wie lange das Ganze hier geht. Und ich versuche ohne, also so würde ich das dann sagen, ich versuche ohne die Leute abzufacken oder auszunehmen, das meiste Geld zu machen. Das verstehe ich. Was ich halt nicht verstehe. Und das ist auch das Einzige, wofür ich Bibi bis jetzt in der Vergangenheit kritisiert habe, dass sie bei einem 10 Minuten Video 5x, 6x Werbung schaltet. Das hat sie gar nicht nötig, Digga. Habe keine Ahnung, was Gronk verdient oder whatever. Ja, interessant, ne? Interessant, wenn man sich Montes Worte anhört, nachdem man die Perspektive geändert oder gewechselt hat. Das nennt sich differenzieren. Und das ist der Begriff, differenziert sich eine Meinung bilden. Man muss aber auch nochmal unterscheiden, dass Gronk auch eine ganz andere Community hat. Und das hat ihm auch gegönnt. Aber bei Gronk habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Community sehr hohoho, alles ist schön und bloß keine schlechten Vibes. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Bei ihm ist so ein, bei Gronk ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen Zuckerwatten-Community. Und das ist auch gar kein Disrespect. Gar kein Disrespect. Aber ich beziehungsweise er, wir unterscheiden uns komplett und das ist ja auch in Ordnung. Wie gesagt, das ist gar kein Disrespect an ihn oder an seine Zuschauer. Das ist richtig. Genau so sieht es bei deiner eigenen Community aus, Montel. Gronk ist so ein sehr, sehr neutraler, eher positiv gestellter Typ, der diese Zuckerwatten-Community hat, wie du eben selbst so schön sagst. Auf deinem Kanal sind dann eher Leute, die sagen, äh, Montel hat doch nichts damit zu tun, ist doch scheißegal, was die Spaß machen, bla 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 bla. Das ist halt deine Community. Oder zumindest das, was deine Community größtenteils ausmacht. Sie hält zu dir, weil sie halt dieselbe Art oder Sorte Mensch ist wie du. Deswegen bist du auch gerade so populär, weil du einfach sehr, sehr viele Menschen ansprichst. Und du musst dir einfach bewusst sein, dass was für andere Menschen gilt, gilt auch immer für dich. Beziehungsweise einfach aus einer anderen Perspektive. Aber für mich ist es halt so, als ich dann zum Beispiel gehört habe, als ich dann gehört habe, dass er das Community-Treffen auf der Gamescom gemacht hat und von morgens um 10 bis abends um 22 Uhr Autogrammstunde gegeben hat und sich für jeden eine halbe Stunde Zeit genommen hat, so hatte ich das zumindest gehört, das ist natürlich eine feine Sache und das finde ich auch korrekt von ihm. Aber andererseits im Umkehrschluss denke ich mir dann so, warum? Also, weiß nicht. Ich denke mir dann so, warum? Ist wie gesagt, gar kein Disrespect. Ist eine coole Sache, dass er es macht, finde ich vollkommen in Ordnung. Ist ja seine Sache. Aber es wäre nichts für mich, sagen wir es einfach so, es wäre nichts für mich. Ich nehme ja auch gerne mal Zeit für Zuschauer, aber nicht irgendwie für 100 Leute hintereinander 30 Minuten oder 20 Minuten und dann höre ich mir deren Lebensgeschichte an. Aber das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden und Gronkh ist viel länger auf YouTube als ich. Ja, und genau das finde ich toll an Monte, weil grundsätzlich ist er ja ein toleranter Typ, der einigermaßen verstanden hat, wie es läuft. Also, er toleriert ja andere und jeden das Seine und so. Aber er ist sich einfach noch nicht ganz so seiner eigenen Rolle bewusst. Noch eine kleine Anregung gegen Ende dieses Videos. Monte, wenn du sagst, und ich spreche ihn immer direkt an, ich glaube zwar nicht, dass er das Video sieht, vielleicht schon, ich spreche ihn trotzdem direkt an, weil es um ihn geht. Monte, wenn du denkst, dass erwachsene Leute ja für sich selbst verantwortlich sind und du dir den Schuh nicht anziehen musst, dann ist das eben so. Wenn du allerdings dann bei Bibi sagst, ja, Bibi macht sechsmal Werbung und pusht ihr Bilou an die ganzen Kids, wie du auch schon am Anfang des Videos gesagt hast, oder die ganzen, ne, ich hab die Stelle, glaube ich, gar nicht gezeigt. Moment mal. Man muss natürlich sagen, dass Bilou eine recht simple, also Bilou hat halt keine teuren Produkte, also so eine Flasche kostet halt keine 50 Euro, aber da macht's die Masse und ihr wisst, wie viele kleine Kids oder kleine Mädchen oder jugendliche Mädchen sich das holen. Und es sei ihr gegönnt, ich mach da keine Ahnung. Genau, das war genau die Stelle, die ich gemeint hab. Ja, ähm, er ist sich bewusst oder er sagt, Bibi hat viele Kinder, die sie beeinflusst mit dieser ganzen Geschichte. Hast du auch, Monte? Ne, wir müssen nicht darüber reden, dass, äh, Fortnite ein Spiel ist, was größtenteils von Kindern gespielt wird. Das ist halt einfach so. Wo die Masse auf YouTube ist, da ist die junge Zuschauerschaft. Das ist halt einfach so. Wer enorm groß ist auf YouTube, der hat gezwungenermaßen auch oft oder immer eine sehr junge Zuschauerschaft. Zumindest zu einem großen Teil. Ne, ich würde behaupten, bei dir sind's 60% sehr, sehr junge Leute. Du hast auch, glaub ich, ältere Leute, die aber auf eine andere Art und Weise mit dir connecten und bonden. Und ich glaube, das ist eher so die Oldschool-Community, die du damals mit, äh, Ello-Tricks und so hattest, die mittlerweile auch ein bisschen älter ist und so. Aber du, wie gesagt, man kann nicht abstreiten, dass du viele junge Leute hast. Ob du, ne, die jetzt, ähm, ob du jetzt bewirkst, dass die später mal mit Casino in Kontakt kommen oder nicht, sei mal einfach dahingestellt. Aber du sagst ja, Bibi, ähm, gibt ihre Produkte auf YouTube-Preis, bewirbt die, macht sonst noch Werbung, bla, 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 und beeinflusst quasi junge Leute damit oder Kinder oder Jugendliche. Ähm, Bibi könnte jetzt genau wie du ein Video machen und sagen, ja, ist mir doch scheißegal. Ich meine, die Eltern sind verantwortlich, was die Kinder kaufen. Die Kinder haben ja kein Geld. Die Eltern müssen denen das kaufen und die müssen den Konsum ihrer Kinder steuern. Und wenn ein Kind sagt, ich will Bilou und die Mama sagt, nee, dann ist eben nee. Da haben eben die Eltern die Verantwortung. Ja? Also Bibi könnte dich mit deiner eigenen Argumentation eigentlich zerstören. Denn sie könnte sagen, ja, ältere Leute, die sich Bilou kaufen, kaufen sich Bilou und haben dann, äh, Schokolade, äh, Schokolade, nach Schokolade duftende Haare. So. Äh, junge Leute nerven maximal ihre Eltern und ihre Eltern steuern deren Konsum oder nicht. Bilou ist auch nichts, was man einfach mal so kurz, äh, im Internet anschauen kann, indem man auf Twitch 18 angibt und dann sich, äh, Casino-Streams reinziehen kann. Ne? Also Bibi könnte eigentlich Montana komplett auseinandernehmen. Was das anbelangt. Aber es ist halt immer die Seite, äh, des Betrachters, ne? Oder die Sicht des, des, des Betrachters. So. Es liegt alles im Auge des Betrachters. Das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, und das funktioniert in alle Himmelsrichtungen, Monte. Deswegen, Digga, ab und zu musst du auch mal ein bisschen reflektieren. Und es würde dir sehr, sehr gut tun, dir auch den ein oder anderen Fehler mal einzugestehen. Denn das würde dich noch sympathischer machen, als du eh schon bist, Digga. Haut rein.